Er tötet eine Studentin und schreibt vor dem Amoklauf eine WhatsApp. Erste Details zur Gewalttat an der Uni Heidelberg. Kurs halten, sagt Kanzler Scholz, die bisherigen Beschränkungen bleiben bestehen. Dezent kannte er nicht. Er liebte das Große, das Auffällige. Der Modedesigner Thierry Mugler ist gestorben. Das sind nur drei unserer Themen. Hier ist WDR aktuell mit Katharin Vogel. Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Der ehemalige Papst Benedikt gerät weiter unter Druck. Jetzt muss er sogar eine Falschaussage im Missbrauchsgutachten von München einräumen. Eine 180-Grad-Wende, die ihn für manchen Experten noch unglaubwürdiger macht. Die einen regen sich über die katholische Kirche auf und die anderen müssen damit weiter Woche für Woche auf der Kanzel stehen und diese Kirche vertreten und suchen ihre Rolle im System. Keine Lockerungen und keine Verschärfungen. So kann man den Bund-Länder-Gipfel heute wohl zusammenfassen. Bei den Corona-Maßnahmen bleibt alles bestehen, wie es ist. Allerdings brauche es mehr Schub in Sachen Impfen. Es soll eine neue Impf- und Booster-Kampagne geben. Ansonsten sei das Motto, so Bundeskanzler Scholz, Kurs halten. Das sei wichtig, vor allem mit Blick auf die kritische Infrastruktur. Die gilt es weiter zu entlasten. Viel Glück beim Abschluss schaffen. Jetzt gucken wir auf die Fronten in der Ukraine-Krise. Die verhärten sich heute weiter, auch militärisch. In Brüssel verkündete bei einem Treffen der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, die Streitkräfte der NATO-Staaten sind in Alarmbereitschaft. Darüber sprechen wir mit dem Mann, der früher deutscher Botschafter in den USA war und Staatssekretär im Auswärtigen Amt, also der die diplomatischen Gespräche im Hintergrund dazu kennt. Jürgen Krobock, guten Abend. Guten Abend. Herr Krobock, was da jetzt passiert, ist ja wirklich hochgefährlich. Jeder rüstet auf, da wird mit dem Panzer diskutiert, heißt es schon. Wie kann da überhaupt einer wie Präsident Putin zurückziehen, ohne das Gesicht zu verlieren? Der ehemalige Diplomat, der solche Hintergrundgespräche kennt, lange war er deutscher Botschafter in den USA. Jürgen Krobock, vielen Dank für diese Einordnung und diese Sicht. Sehr gerne. Gewalt gegen Polizisten bei uns im Land oder das Ordnungsamt oder einfach nur die Mitarbeiterin in der Arbeitsagentur. Die Zahlen, die steigen. NRW-Innenminister Reul hat deshalb heute in Düsseldorf das Präventionsnetzwerk Sicher im Dienst vorgestellt. Und dort tauschen sich künftig die Mitarbeitenden von 200 Behörden aus. Das heißt, sie reden über Strategien gegen Gewalt oder sie erhalten Tipps. Denn immer häufiger packen aggressive Menschen beim Pöbeln auch noch das Handy aus und stellen das Ganze dann ins Netz. Und das trifft sogar Sanitäter, die einfach nur helfen wollen. Wenn er eins nicht war, dann schlicht, dezent und langweilig. Thierry Mugler war vor allem laut und pompös. Und damit hat er genau die Stars angelockt, die auf diese außergewöhnliche Mode stehen. Lady Gaga oder Kim Kardashian haben seine Kleider getragen. Und jetzt ist Mugler im Alter von 73 Jahren gestorben. Und wir haben deshalb heute mal gefragt, wie viel Vorbild diese großen Namen wie Mugler oder Lagerfeld heute noch sind. Modedesigner, die Kleider, aber vor allem sich selbst entworfen haben. Ja, aber Oversize ist bequemer als das da gerade auf dem roten Teppich. Jetzt unsere Nachrichten hier kurz und kompakt im Überblick. In Griechenland und der Türkei wüten derzeit schwere Schneestürme. Und das sind heute wirklich Bilder eines heftigen Wintereinbruchs, die für Chaos gesorgt haben. Mir bei diesen Bildern eigentlich langweiliges Januarwetter, Claudia Kleinert. Wir sind wirklich weit entfernt von diesem weißen griechisch-türkischen Wetter. Ja, das sind wir. Aber der eine oder andere hungert wahrscheinlich ähnlich wie ich nach etwas Sonnenschein. Damit ist nämlich im Moment auch nichts unter Hochdruckeinfluss. Bleibt es meist bei tief hängenden Wolken. Und wir bleiben unter Hochdruckeinfluss. Dieses Hochdruckgebiet hier, es liegt jetzt westlich von uns, das wird sich in den nächsten Tagen mal nach Westen verschieben. Dann kommt ein neues Richtung Wochenende. Und zwischendurch bekommt man dann mal ein Tief ab, das am Donnerstag auch Regen und kräftigen Wind bringen wird. Aber ja, es bleibt bei eher langweiligem Wetter. Auch an den Temperaturen tut sich nicht allzu viel. Die nächsten zwei Tage mal so drei, vier Grad. Dann aber geht es schon wieder rauf auf acht Grad am Wochenende. Also ähnliches Winterwetter wie in den vergangenen Tagen steht uns auch in den kommenden bevor. Das bedeutet in der Nacht nach Südwesten hin noch Auflockerungen. Dort wird sich aber örtlich Nebel bilden. Nach Norden hin tiefhängende, hochnebelartige Wolken. Da, wo es mal die Sterne zu sehen gibt, wird es auch ganz schön kalt. Mit minus ein bis minus sechs Grad unter den dichten Wolken. Ein bis drei Grad. Die verhindern eben auch, dass es sich ordentlich auskühlt. Morgen Vormittag dichte Wolken nach Südwesten, Nebel, die höchsten Gipfel, die gucken raus. Im Laufe des Nachmittags aber dann im südlichen Rheinland die Chance auf etwas Sonnenschein. Sonst bleibt es meist trüb und die Temperaturen gehen dann im Laufe des Nachmittags rauf auf meist zwei bis sieben Grad in den Hochlagen. Also ganz oben ist es wärmer als in den Tälern. Der Winter zu schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Und dann nochmal ein ähnlicher Mittwoch. Nebel, Hochnebel, ein bisschen Schneegriesel oder auch Nieselregen daraus. Temperaturen ein bis fünf Grad. Donnerstag kommt erst mal Regen, dahinter dann Schauerwetter. Was aber auch bedeutet, dass es zwischendrin Wolkenlücken mit ein bisschen Sonne geben kann. Höchsttemperaturen dazu vier bis acht Grad. Also da geht es wieder ein bisschen bergauf mit den Temperaturen. Liebe Grüße, Claudia Kleinert. Und wir sagen danke für Ihr Interesse heute vom ganzen Team. Und schicken Sie jetzt rüber zum dritten Teil unserer Geschichten vom Tod. Ein Tatortreiniger und ein Bestatter mit teilweise unglaublichen Fällen. Jetzt im WDR. Ich bin WDR. Ich bin WDR. Ich bin WDR.